Carla Hagen Eigentlich Carla Maria Hagen ist eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin. Leben Nach einer Schauspielausbildung bei Eduard Marx an der Hochschule für Musik unterstellende Kunst in Hamburg von 1950 bis 1952 arbeitete die Tochter einer Kaufmannsfamilie zunächst beim literarischen Kabarett Die Globetrotter. Von 1955 bis 1958 war sie eine der meistbeschäftigten Filmschauspielerinnen. Teilweise wurde sie in einem Jahr für ein halbes Dutzend Filme verpflichtet. Sie spielte Hauptrollen und daneben meist komische Nebenrollen. 1959 arbeitete sie in Berlin an der Komödie am Kurfürstendamm. Im Jahr 1960 holte sie Boleslav Balog in das Ensemble der staatlichen Schauspielbühnen Berlin. Einige Zeit später lernte sie ihren Mann, den Regisseur Hans Lietzau, kennen und spielte von da an von einigen Fernsehauftritten abgesehen. Fast ausschließlich Bühnenrollen häufig mit ihrem Mann als Regisseur. Hauptsächlich trat sie in Berlin auf daneben vor allem in München aber auch in Stuttgart, Hamburg, Wien und Zürich. Zeitweise gehört Hagen zum Ensemble des Wiener Burgtheaters und war bis 1994 Mitglied der Münchner Kammerspiele. Ihr Repertoire umfasste Rollen in Stücken von William Shakespeare bis Berthold Brecht. Wie auch in ihren Filmrollen bewies Carla Hagen ein besonderes Talent als Komödiantin. Auch bei Lietz aus letzter Regiearbeit, der Blaune Ball von Ernst Balach 1991 an den Münchner Kammerspielen, wirkte sie mit. Nach dem Tode ihres Mannes zog sich Hagen von der Schauspielerei zurück. Drei Jahre später, 1996, spielte sie 65-jährig an den Kammerspielen des Deutschen Theaters in dem Stück Die Präsidentinnen von Werner Schwab. Im Jahr 1998 übergab Hagen den Nachlass ihres Mannes in Form von Tagebüchern, Aufzeichnungen und Fotos der Akademie der Künste in Berlin. Filmografie 1951 Professor Nachtfalter 1954 Im sechsten Stock 1955 Das fröhliche Dorf 1955 Der doppelte Ehemann 1955 1955 Ingrid die Geschichte eines Fotomodells 1955 Benehmen ist Glückssache 1955 Ja, ja, die Liebe in Tirol 1956 Das Sonntagskind 1956 Die Christel von der Post 1956 Der erste Frühlingsstag 1956 Schwarzwaldmelodie 1956 1956 Wenn wir alle Engel wären 1956 Das Donkosackenlied 1956 1956 Der Glockengießer von Tirol 1957 1957 »Frauen sind für die Liebe da« 1957 »Weißer Hohlunder« 1957 »Frauenparade« 1957 »Und die Liebe lacht dazu« 1957 »Lemke Sell« »Witwe« »1957« »Kindermädchen für Papa gesucht« »1957« »Hoch droben auf dem Berg« »1957« »Scherben bringen Glück« »1957« »Junger Mann, der alles kann« »1957« »Drei Mann auf einem Pferd« »1957« »Das Herz von St. Pauli« »1958« »Zwei Herzen im Mai« »1958« »Bühne frei für Marika« »1958« »Der Schwarze Blitz« »1958« »Liebe Mädchen und Soldaten« »1959« »Nacht fiel über Gotenhafen« »1959« »O Wildnis« »1960« »Punkt und keiner schämte sich« »1960« »Doktor« »Nock« »1960« »Der Großkofter« »1961« »Ein wahrer Held« »1961« »Bis zum Ende aller Tage« »1961« »Knock out eine keineswegs unglaubliche Geschichte« »1964« »Slim Kellegan greift ein« »Weißer Flieder« »1964« »Der eingebildete Kranke« »1965« »Ein Eremit wird entdeckt« »1965« »Die echten Sidemons« »1965« »Der Raub der Sabinerinnen« »1966« »Ein Phönix zu viel« »1967« »Der Renegat« »1967« »Die Frau des Fotografen« »Oder die große Liebe« »1967« »Steller« »1969« »Hotel Du Commerce« »1972« »Tatort« »Rattenest« »1974« »Der zerbrochene Krug« »1995« »Wir zusammen allein mit dir« »1999« »Deine besten Jahre« »Badig« »Deine besten« » »Nohi Grace«